so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es für euch die lowrider batterie eine richtig geile billig batterie wie zum beispiel die rap und die ja wieder eine 9 schusser batterie mit wahrscheinlich so 52,67 gramm und genau dasselbe unfassbar wie die alle 52,67 gramm haben ja wieder sehr schlicht gehalten hier aber schön hergemacht mit dem auto wie gesagt richtig richtig geil ja einen effekt haben wir hier glaube ich so eine art brokat gold oder weiden keine ahnung was das ist aber ich würde sagen muss ich auch nicht wissen ihr werdet es erst gleich sehen wir sehen uns bis gleich zur zündung der lowrider das geht jetzt die lowrider hier so sieht es aus zündschnur steht sie die we unite ist die i like it ist noch schön warm edles gold edle batterie für 2,99 euro schönes teil